einen wunderschönen guten morgen an alle die zum ersten mal da sind willkommen zurück an alle die schon wieder da sind gerne mal direkt sofort den like button drücken und einen kommentar für den algorithmus da lassen welcher coin morgen dabei sein soll wenn ich morgen für euch analysiere heute sind es wieder vier stück von den leuten die gestern kommentare geschrieben haben und sich coins zur analyse gewünscht haben mal gucken wie viele es morgen sind und welcher morgen dran ist wie jeden morgen fangen wir an mit lightcoin aktuelle kurs 156,50 und naja es ist immer noch nicht passiert dass wir die 157 158 ungefähr nach oben hin gebrochen haben getestet haben damit er endlich weiter hochziehen können und auch hier alles bullisch ist die struktur ist erstmal sehr sehr gut wir haben diese kleine goldene linie hier nach oben hin genommen das war die marke von 153,50 das ganze re getestet und sind weiter hochgezogen das war erstmal gut jetzt steht uns die marke von 158 ungefähr ins haus diesmal nochmal sehr sehr wichtig das ist eine tagesmarke die müssen wir mal brechen denn wir sehen hier auf dem tageschart dass wir das sehr sehr lange nicht gebracht haben das ist ein ausprobieren retest und ein fail das war sehr schade aber vielleicht haben wir jetzt in den nächsten stunden die möglichkeit bei lightcoin auch einen long trade einzugehen dazu ist er auch eigentlich nicht mehr zu sagen ich sage jetzt nicht tun nichts aber wir sollten es natürlich vermeiden hier diese linie nach unten hin zu durchbrechen das ist auf zwei stunden basis wenn wir hier mal runter kommen dann sieht das ganze deutlich schlechter aus da können wir aber auch hier sagen hey pass auf wenn wir 30 minuten close unter dieser marke kriegen dann wäre ich mal definitiv vorsichtig denn von hier aus kann das dann relativ schnell auf die marke von 150 und 147 gehen die linie die ich jetzt gerade eingezeichnet habe die vielleicht bei ungefähr 154 xrp 1,3 prozent ungefähr im plus ja hier war der trade möglich entweder hier unten beim ausbruch ungefähr 82 cent das haben wir schon öfter gegeben oder natürlich hier bei 89 cent wenn man immer noch nicht in diesem trading drin ist dann bleibt jetzt auch nichts anderes übrig als weiterhin an der seite hin zu stehen und zu warten dass das ganze jetzt hier entweder mal ein bisschen runter kommt oder ich den nächsten break out kriege na der nächste break out ist die marke von 97 cent ungefähr wenn wir darüber kommen das haben wir hier schon versucht jetzt wenn wir ein stückchen herunter wenn wir trotzdem darüber schließen über die marke 97,5 cent dann ist auch hier der nächste entry richtung norden möglich ansonsten will ich auch hier wirklich mal darauf aufpassen dass wir vielleicht diese linie nicht unten nicht unbedingt nach unten hin brechen die verläuft jetzt gerade bei 91,8 cent wenn doch könnte das gutes stück tiefer gehen cardano zwei prozent im plus und hier ist es jetzt gerade passiert wir haben einen ausbruch zwar keinen retest vielleicht auf einem kleineren time frame hier öfter an dieser marke rum gestruggelt und dann nach oben das ganze noch mal angetestet und jetzt scheint es weiter hoch zu gehen das könnte endlich mal etwas positives sein in richtung norden bei cardano eine mini resistance jetzt gerade an diesem punkt 130 euro aber den trade würde ich einfach trotzdem nehmen um mein stop loss relativ eng jedoch relativ safe hier unter diesen wicks setzen ungefähr bei 1 26 und das ganze einfach mal richtung norden probieren warum denn nicht das kann ein schöner trade werden die chain achtung hier das ist ein ausbruch das jetzt gerade ist ein retest ziehen wir über diesen punkt hinaus und die marke liegt bei 8,5 bis zenten dann ist das auch hier ein long ne und ein long bei v chain nicht mehr wieder das hat ja auch lange genug gedauert sage ich einfach mal wenn wir die goldene linie die ich jetzt gerade eingezeichnet habe nach unten hin durchbrechen 8,2 cent dann wäre ich erstmal aus dem trade heraus und würde mir das ganze von den seitenlinien angucken wie das weitergeht ansonsten könnte das auch hier ein sehr sehr schöner trade richtung norden werden solana hier ist es leider noch nicht so weit das ist ein langer ausbruch ein retest und also im endeffekt kann man das jetzt hier eigentlich ich sag jetzt mal in die pfeife rauchen wenn das ist nichts keine vernünftige struktur sage ich einfach mal ein großer oder ein langer ausbruch ein retest drunter drüber wenn man gewillt sein will sollte man sagen auf vier stunden basis wäre der trade möglich gewesen bei 180 das heißt im endeffekt wir sind jetzt ein dollar davon entfernt im endeffekt jetzt gerade denn die kerze macht sich auf den weg nach oben und hat bis jetzt alle kerzenkörper nach unten nach oben hin überschritten vielleicht auch zwei stunden was sehr 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 undurchsichtig sage ich einfach mal so theoretisch könnten wir es so ansetzen sagen wir alles klar okay der ausbruch ist doch im endeffekt jetzt gerade hier eine möglichkeit bei solana in diesem trade zu gehen und mein stop loss würde ich unter diesen wix setzen hier ungefähr bei 175 und dann mal ganz auf ganz aufpassen wie das richtung norden weitergeht schöner wäre natürlich wenn wir die marke von 183 50 nach oben hin klären und hier mal nicht so was choppy gesehen sondern hier vernünftigen ausbruch ein vernünftiger retest und dann ein follow über den ausbruchspunkt hinaus das wäre dann eher ein schöner trade richtung norden so ist ganz ein bisschen undurchsichtig bei schieber hatten wir gestern abend im live gesagt okay hier besteht die möglichkeit in unseren trade hinein zu gehen das hätte sich jetzt auch schon ein bisschen bezahlt gemacht nichtsdestotrotz achtung ist jetzt hier gerade der ausbruch da über die nächste linie und wir haben auch jetzt hier wieder den retest in der nächsten linie und das ist diese grüne die verläuft bei 0,335 das ist ein ausbruch das ist ein retest und wenn wir jetzt hier über diese rechnung über den punkt von 0,3369 oder was hinaus gehen dann ist das ein follow also ein straight richtung nur möglich mal stop loss würde ich unter diese wix hier setzen irgendwo bei 313 das war es schon für die normalen coins jetzt kommen die coins die sich gewünscht worden sind und das ist als erstes habe er mit dem wir anfangen da ist ein long trade schon lange möglich gewesen und zwar hier hinten das ist ein ausbruch und das ist ein retest und dann war hier die möglichkeit bei der marke von 27,5 cent diesen trade einzugehen jetzt befinden wir uns gerade in leichter horizontaler im leichten horizontalen widerstand wenn ich die linie einzeichnen werdet ihr sehen dass wir hier kerzenkörper geschlossen haben und auch wix hineinbekommen haben also sollte man jetzt vielleicht gerade darauf aufpassen was hier passiert wir haben keinen kerzenkörper geschlossen über diesen vier also verschieben wie die kleinen die linie ein wenig nach unten und wir sehen das ist ein ausbruch das ist ein retest und kommen wir über diesen punkt hinaus schließen wir eine einstunde kerze hier drüber und über der marke von 33,75 cent ist das ein follow nach oben und damit ein long trade und den stop loss würde ich sehr sehr eng wählen hier unter diesem ruhig sprich irgendwo bei 32 cent v r a hier ja sehr sehr ich sag jetzt nicht unmöglich dich aber der long trade wäre schon hier unten möglich gewesen beim ausbruch dass die marke von 3,27 cent und jetzt gerade bekommen wir einen ausbruch einen retest auf vier stunden basis bei der marke von 3,52 cent sollte das ganze halten und das ist eine wichtige tageslinie dann haben wir auch hier die möglichkeit beim weiteren hochziehen über diesen kerzenkörper das ist die 3,6 cent ungefähr dann haben wir hier die möglichkeit 3,56 cent ungefähr dann haben wir hier die möglichkeit einen long trade einzugehen aber bitte vergesst nicht den stop loss der sollte relativ eng gewählt werden ungefähr hier irgendwo hin bei 3,4 cent l r c ist der nächste coin hier sieht es ganz ganz genauso aus dass wir einen ausbruch und einen retest bekommen auf einer wichtigen grünen marke ein langer ausbruch ein retest und jetzt ziehen wir hier über diesen punkt hinaus das ist die marke von 2,4 dollar oder von jahres 2,41 dann haben wir hier die möglichkeit einen long trade einzugehen hier und das ganze in richtung norden zu reiten meint es doch bloß würde ich hier unter diese grüne linie setzen bei ungefähr 2,15 sage ich einfach mal sollte man auf der sicheren seite sein wenn wir das ganze triggern alles klar jetzt wahrscheinlich noch deutlich tiefer gehen als letztes haben wir best aktuell bei plus minus null hier ist im grunde passiert im grunde nun auch gar nichts sind immer sehr sehr lange seitwärtsfasen mit einer explosion das seht ihr jedes mal seitwärtsphase explosion seitwärtsphase 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 und in dem für nach unten seitwärtsphase und nach oben jetzt gerade haben wir wieder diese seitwärtsphase tja jetzt ist die frage geht es hoch oder runter kann euch natürlich niemand sagen wäre auch vollkommen an den hane bei gezogen wenn ich jetzt sagen wäre ich bin der prophet ich weiß wohin es geht zieht euch zwei linien oben unten alles klar dann sollte jeder wissen wenn wir das nach oben hin oder nach unten hin brechen dann wird es in die ein oder in die andere richtung gehen wobei welche möglichkeit ist jetzt hier wahrscheinlicher wenn bitcoin und co sage ich einfach mal anziehen ist natürlich die wahrscheinlichkeit dass wir nach oben hin ausbrechen deutlich höher als dass es abwärts geht auf preemptive also einfach früh hinein nur weil ich denke dass das ganze passieren kann würde ich natürlich nicht machen wenn man ich sage jetzt nicht wenn man früh dran sein will kann man natürlich sagen dass das ein ausbuch über eine diagonal absteigende linie ist und es demnach eigentlich eher richtung morgen gehen sollte aber das wäre wirklich spekulativ wenn man jetzt schon ein trade angeht ohne die marke von 95,4 cent ungefähr nach oben hin genommen zu haben das war es schon mit den all coins schreibt gerne mal einen kommentar wenn morgen mal einer eurer coins dabei sein soll ansonsten hinterlasst sowieso mal ein like für den für das video für die mühe ansonsten habt einfach einen wunderschönen start in diesen dienstag und wir sehen uns heute abend zum abend update